Heute Morgen haben wir Knochenfleisch gefüttert. Jetzt gibt es noch was anderes, dass ihr groß und stark werdet. So, die hat den Raum komplett unter Kontrolle. Unglaublich, ja. Guck mal hier. Sagt mal, Bärlis, hey Fein. Pulsar, gib Ruhe. Na, wer ist denn das? Ja bist du, ja bist du der Perry. Wir müssen euch jetzt bald Namen geben. Ja, ihr Süße. Na du, du hast ja schon einen, du bist der Jupiter, gell? Du bist der Jupiter hier. Ja, ein ganz starker. So, au, wer zieht ihn hier da an, an meinen Neckleins, ja. Wer ist denn das? Mein Gott, ja, das sind richtig griffige Hunde. So, guck, ich weiß es ja, komm. Ein Süße. Hi mein Süße, hi mein Süße. Hi, 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 wo sind die Berlis, hi, hi, hi. Die liegt da und guckt sich das ganz genau an. Mal sehen, was aus dir wird hier. Du wirst die Nummer 1. Ist unglaublich. So. Auf und los geht's los, komm. Stopp. Da ist sie. Die muss ich mal bitte ins Haus nehmen. Und dann bitte hier. Berlis, es gibt doch Ruhe. Es nützt doch nichts. Es gibt vorher kein Futter. Eins nach dem anderen. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi, hi. Hi, hi. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Hi, hi. Hi, 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 hi. Oh, gleich ist es weg. Du kannst dir ja kein Mensch anhören, was ihr da macht. So, fertig, schon fertig. Pulsacke, Bruder, hilft nix, hilft gar nix, Bärli, du kommst jetzt nicht gleich als erstes dran.